Und meint, boah, weil Rache ja so süß ist, haut uns denn einmal Wasser vor die Füße, keinen Tropfen abbekommen. Also auf einmal kommt Thomas und haut jetzt seine Pisse hin. Was hat er gemacht? Der hat in seine Pisse hin, der hat in seine Pisse hin die Fresse geschmissen.